Willkommen zurück zu einer neuen unter-aditastischen Folge Zombie Army 4 Dead War Mit einem Mann, der eben gerade beleidigt wurde Aufs Böste Ich darf das Wort gar nicht sagen, weil das Spiel darf es Ich nicht, hat er mir gesagt, hat mir das erklärt Das funktioniert in der Waagschale des Lebens Ja, Kreisverkehr Ja, ja Ihr kennt mich, aus Büchern wie Aus Büchern wie Was ist das Ekliges in meinem Mund Bücher wie Das ist aber salzig Mein Onkel hat mir was salziges in den Mund gelegt Und die Wärmung ist weg Egal, aber kein Kopper wenigstens Ja, weil Indien verstehen die, was Salziges im Mund bedeutet, glauben mir Die haben gelernt Ich hab nämlich auf Reddit rausgefunden, dass indische YouTube-Mitarbeiter meine Videos gucken Von was krieg ich Schaden? Ich hab doch um Schaden bekommen, aber Irgendwas ist unsichtbar dort Vielleicht hast du da irgendwie eine Steckdose reingeleckt So, jetzt brauchen wir hier wieder so ein Spritkessel Ich hab keine Ausdauer Guck mal, es passiert wieder nix Es passiert wieder nix Weil du die ganze Zeit stampfst Das sind halt so diese ruhigen Momente Der alte Adolf, ne? Der kriegt jetzt mal richtig schön Kann er was erleben? Den wasch ich Oh, Hitler persönlich redet jetzt Fist Alter, der will uns fisten Die Führer fist Der Führer fist Bin ich nur da ran mit deinem Feuer da? Der ist irgendwie sehr grillresistent Deswegen ja Die haben eine Rüstung Fader Fader Hugo Boss Hat damals die Rüstungen für die noch entwickelt Hier, weil, guck mal, vielleicht wieder Ich weiß nicht, aus Stuttgart Hugo Boss Ich weiß nur, dass der hier irgendwo eine Villa hat am See Die Boss-Villa Ne, ziemlich teure Am Bodensee Hugos alte Boss-Villa Ist da was drin gewesen eigentlich? Der Schleckkammer, ne, ne Was ist der Hugo? Sag der Boss-Villa? Weiß noch nicht Ne, in der anderen Schleckkammer war nix Ja, ist auch nix drin Ich glaube, wir haben das Geheimnis des Schleckens schon gelöst Schleck-Geheimnis Könnte das Schleck-Schreck So, ich denke, jetzt wird er nochmal richtig sauer gleich Ja, klar, natürlich Zwei Sachen Weil er hat ja keine zwei Sachen, weißt du Ich habe nur einen Horden Spottet nicht immer Ah, siehste Übersteht die letzte Horde des Höllenturms Und dann haben wir Hitler bezogen Wo? Weiß nicht Da liegt noch ein Blammwerfer Ist der noch frisch? Au! Was war das? Ja, der ist frisch Ach, da oben Es kommen wieder Raketen aus dem Himmel Shit, oh Oh nein, shit, oh Oh nein! Nicht damit er in diese Höhle reingeht Raketen sägen, Mann Zwei Tanzen direkt vor mir Warte, ich schmeiß da hinten irgendwo einen Köder hin Ich schmaue Ich schmeine, ich habe geködert Aber ich schmeine die sich ja auch ran Ja, ja, sie gehen zum Köder Keep'n'Gummin Keep'n'Gummin Keep'n'Gummin? Oh Gott, die sterben nicht Geh'n los Denen ist das voll egal Den, die juckt die Null Oh shit Juckt die Null Wir müssen sprinten Zero juckt Au! Ach, shit Da war noch ein bisschen Saft Ein Rocket Launcher ist down Achtung Dass diese ganzen Harten, großen Männer So, so Flammenresistenz sind Doppel, doppel, doppel Macht die Musik bei mir Doppel, doppel Oh! Bin er verfluten Ich bin zurück Nein! Nein! Er will mich! Er will mich! Oh, ich kann nix machen Wenn der da direkt Direkt nebenan steht Es, es hackt mich Es hackt mich Oh nein Oh nein Du musst die letzte Horde überstehen Oh nein! Oh Wobble, wobble, wobble Wobble, wobble Das sind noch Oh Das sind irgendwelche Dinge, die explodieren Sprengen Oben hätt ich noch Ein Panzerschreck, oder? Liegt da oben nicht irgendwo noch einer? Ich weiß es nicht mehr genau Wir hätten das Upgrade mitnehmen müssen Dass man alles aufheben kann Denn da würden da oben noch Geschütze stehen Ganz viele Immer auf deinen Rücken aufpassen Ja, du kannst ja gucken Wie? Du kannst freie Kamera einmachen Und gucken, was hinter mir ist Achso, ein Mann mit einer Säge Wie viele Flammen mehr verhasst du noch? Ja, noch 150 Ist der noch frisch? Ne, ne Halb ist der ja Geht da weg! Ich bin ja schon am Rennen Machen die Kriegen die überhaupt Schaden? Ja, nicht Feuer macht nicht so viel Schaden Glaub ich bei denen, oder? Ich weiß nicht Es ist auf jeden Fall eine Anspielung An Texas Chainsaw Massacre Dieser Tanz, den die da machen Ja, ja Jetzt geh doch, Truff! Komm schon! Alter, er steht im Der glitzert nur Im Flammenrausch, ne? Im Flammenrausch Erfreut er sich Gelüster Gelüsteriger Gelüste Wenn er wenigstens mal auf die Knie gehen würde Ne, ne Vorsicht Kisten Du läufst voll in den Höllenturm hinein Ja, der kann mal nix Ne, das war's jetzt Noch irgendwelche Minen, oder so? Nur Brand Und ich glaub, das wird auch nix bringen Oh, der eine geht down! Kannst du takedown? Ja Oh, geiler takedown Dann aber direkt abhauen Vorsicht, da kommt der nächste Alter, ich hab nen Sticker bekommen Aber so nen Superglitzer-Sticker Superglitzer-Lila-Super-Lila-Glitzer-Sticker Wie sieht's hinter mir aus? Hinter dir kommt einer mit nem Brenner Mit nem Bun- Alter, das ist Burnt ja direkt Mies Klar, das ist ein Burner Ein Bunsi Kleine Bunsi Kleine Bunsi Kleine Lukas Bunsen Lukas Bunsen Boy Schöner Name Okay, I have a crazy idea Oh, not Not too crazy Please Ich renne da jetzt hoch Und hoffe, dass ich irgendwas geiles finde Oh Gott Aber jetzt kommst du nicht mehr neben vorbei Egal Ah, er kann es abbauen Sauberig fertig Er kann es abbauen Oh, sehr gut Könnte hilfreich sein Pass nur auf, dass er jetzt nicht um die Ecke gesprintet kommt Gebe ich ihm Ja Yeah Ja I am Buck Dann guckst du blöd Boah, Alter Das sieht aus wie der Höllentunnel Keine Granaten Eigentlich schon Aber da rollt nur sein Kopf die Treffer runter Ja Der Eimer Der alte Hölleneimer Guck mal, hier rennt noch ein Bunsi rum Das ist er weg Hier liegt eine Granate Eine Brandgranate liegt hier auf dem Boden Ah, noch? Oh, hier ist auch noch ein bisschen was Oh, hier gibt es noch eine kleine Stock und Stiel Granate Stock und Stiel Ach, hier muss ja eigentlich alles rumliegen So, ähm, ja Was jetzt hier mit der Fist? Mit der Stuhl halt Mit der Stuhlfist? Mit der Stuhlfist Ich weiß nicht Wir müssen jetzt wahrscheinlich gehen Und dann sprengen wir erst in die Luft, oder? Entkomme der Explosion Ja, dann Uh, uh Ab mit dir Muss es denn immer so knack sein? Zum Eselwichse-Wasserfall Ja, klar, natürlich Hey, wenn du dir schon Wichser in den Uberschenkel schmierst Ja, dann willst du auch damit rutschen Ja Ist ja wohl klar Aber wir hätten doch auch erst über die Brücke gehen können Alter Heftig, ja Die Lavaburg Was geht denn ab? Hitler ist Lavaburg Er wollte mehr La... Oh, auf einmal hat er Haut Ja Muskelgewebe Haut hat er noch nicht Muskelgewebe All roads lead to Hitler All roads lead to hell Krass, Mann Ja, aber es war schon Große Fist War schon groß Wollte uns fisten Vor allen Dingen war die so richtig Lavrig Ja Oder halt Stuhlgang Weil wir haben ja gelernt Die Hölle besteht aus Kot Kot und Lava Und, ähm, hier Pull Pork Pull Pork Pull Pork Pull Pork Und ein Wodkafluss Hat der den nicht irgendwie am Ende fast aufgefressen oder so? Ja, er hat sich auf jeden Fall ein Stückchen rausgerissen und mitgenommen irgendwie Riesiges Loch, wo dann die Araber abgehauen sind oder sowas Endlich mal ohne Lava was Ja, jetzt ist wieder lavafreie Zone Aber Da ist auch Hölle Hey, Moment mal Der depressive Sprecher hat gar nicht gequasselt Ja, stimmt Budget hat nicht mehr gereicht Captain Picard hat gar nicht mehr gesprochen Rap Blockages Black Blockages Wow Oh, wo muss er nicht tun? Holdbean Hä, wieso kriege ich hier so ne Karte angezeigt irgendwie? Keine Ahnung Ich sage, are you lullt, chum? Einmal abziehen, dann mal abfallen Oh, ich glaube ich renne mal wieder ein bisschen mit meinem guten alten Drilling rum Mit meinem alten Drilling Ich werde die Thompson wieder nehmen Boah, ich habe erst 30 von diesen Dreierdingern Ich muss 200 Beine zerschießen Guck mal, wenn du hier hinguckst Siehst du da auch so ein Symbol durch die Wand quasi? Wie jetzt? Ich bekomme da irgendwie so ein Symbol durch die Wand angezeigt Nee Oder so Von so einer Karte El Mappo? Oder Ja, El Mappo oder El Comico El Comico El Comico El Comico El Comico Hey Tony, guck mal El Comico Nico Nico Oben nix mehr, hä? Nö, nö Na, dann gehen wir raus Müssen wir hier mal richtig schön durchlaufen Oh, wow Da ist er drin Der Saus Haha Du bist reingefallen Ist mir doch egal Hier, zack Oh, ich weiß nicht Jetzt denke ich mir Hätte ich doch lieber eine Trench genommen Wieso hast du nicht die Trench genommen? Dann war ich mal halt hier wieder ein bisschen Andere Experimente Ja Ich bin halt nicht so wie du Ich bin experimentierfreudig Ich bin Shotguns aufgewachsen Guck mal Da wird mir was angezeigt Wie auf dem Radar Hier ist doch ein Der ist doch ein Tango Shirley Ein Comic Krass Er hat irgendwie so eine So eine Comic-Ahnung Plötzlich Comic-Sender Plötzlich habe ich Comic-Ahnung Nein, nein, nein Blut für Blut Blut für Blut Mein Freund Zeig mir dein Blutgesicht Zeig mir dein Blutmund Das ist kein Blutmundgesicht Schafslippengesicht Schafslippengesicht Schafslippen Schafslippen Mein Onkel leitet an Schafslippen Ja, da machen wir keine Witze drüber Köder Meine Schafslippen gebissen Hast du mitgenommen? Es trifft dich doch gut Ich bin doch ein Freund Von Ködergranaten Köder-Möder Zeig mir deinen Blut Dreift euch an der Hütte? An der Hütten Jetzt irgendwie denke ich Die ganze Zeit Ich hätte jetzt so gerne McDonald's Burger Ich kann nicht aufhören Daran zu denken Ich kann nicht aufhören Guck mal hier Hier ist noch ein Riss Sollen wir den Feuer eröffnen? Ja klar Risse muss man glaube ich Immer Obwohl kann man so ein Riss Nicht auch mittendrin Als kleiner Freundin ist Ja weiß ich nicht Sollen wir jetzt einen Freundin Wir machen? Mal was an Ich gebe ein bisschen Blut drauf Habe ich immer dabei Superbare Blut Die geben ja eigentlich auch Nur einen Muni Das ist ja nur so eine Unterstützung Ja Alter der Drilling Muss man ihm lassen Jetzt hat er Fickert alles War es das? Ja irgendwie war es Das war es Dafür gibt es 10 Punkte Das ist voll schlecht Lächerlich oder? Ja schon Ich glaube es gibt es noch irgendwo Ein Upgrade in der Ferne? Boah ich weiß nicht Ist ja alles relativ eng Vermessen Ich würde sagen wir Drücken mal oder? Push the button Push it Push it baby Push it Ja hier ist noch so eine Ja Upgrade Ich habe es doch gewusst Wo? Unten? Ja hier In meiner Höhle Ne Ich bin hier in so einer Upgrade Höhle Okay weil da hinten wird gerade Irgendwie Krieg Ausbruch und so Zelebriert Sollen sei Oh oh Motivierter Motivation Klaus Komm ich hier gerade nicht raus Klaus Kommst du raus Klaus? Nicht geh rein Hein Hey Alter ich werde gebackdoored Wo ist denn der Motivationsknilch? Irgendwo ist der Motivationsmeister 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 McGurk Der schickt die los Aber von wo? Ja ja Irgendwo sagt er Hey Oh da unten ist ein MG Typ Das ist nicht schön Ich brauche eine andere Waffe Hey der stand eben gerade nur da Boah der wollte gucken Was los ist Boah ich habe No money detash yo Der Tränen geht halt sau schnell leer Klar der salbt da voll rein Das ist schon geil Der salbt Ja ja der salbt hart Aber das bringt dir alles nichts Wenn du da stehst wie Nackter Mann Oh ne Hemd Boah warum bin ich explodiert? Weil hier Santa Cruz Japano Echt? Santa Luz? Er ist auf den Knien Er betet Aber ich habe keinen Takedown Egal Er schließt aber voll auf die Mütze Oh ich habe seinen Kopf weggeschossen Richtig nice Voll gut Voll gut Voll gut Tollwut? Was? Nein From behind Endlich wieder Munition Äh der Zünder ist aus Wie der Zünder ist aus? Wir haben den Zünder ausgemacht Wir machen an Ja ich versuche es Hier kommen gerade noch Ein paar Gegner Wie ist die Zündkabel wieder an? Hä wo? Ach da oben Da wo die Sterne leuchten Mein Freund So Bisschen Patex Und Bisschen Kaugummi Gibt es ja verschiedene Kleber Von verschiedenen Marken Die alle gut sind Bisschen Gumm Mundgumm Überbüper Sagen die Franzosen dazu Mundgummery Mein Großvater Mundgummery Mein Großvater Mundgummery Hat immer Überbüper gegessen Riggi Burby Kleines Jesus Baby Wie du da sitzt In deiner Krippe Alter ich kann nichts sehen Ich werde bespuckt Warum kommen jetzt auf einmal hier Solche Typen Spickies Alter Ich stecke irgendwie Fest und Oh Gott Ich will doch nur Meine MG Danke Und werden die aggressiv Die werden aggressiv Wo? Super aggressiv Ganz viele aggressive Ich weiß nicht Ja da unten Mit einem fiesen Aggressor Guck mal ich geb denen jetzt mal sowas hier Wuhu Bum 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 Äh ja aber wo ist der Aggressor? Der Chef Oh nein Maskenball der Untoten Der Maskenball Feudale Fratzer der Tothat Oh schauen sie mal in ihren Feudalen Mundschach Feudaler Mundschach Was? Was? Entschuldigung Ich kann nichts dafür Es ist einfach Manche Menschen hören das so zum Schlafen gehen Und liegen im Bett Ich weiß nicht Ja was sie für Träume haben Ja was sie für Träume haben müssen Hier ist doch die Mundschachtparty Ja Das liegen doch Seine Mundschachtfreunde schickt er alle los Alle munten Er liegt da rum Tritt in seine Fratze Ich höre irgendwas japanisches Na echt jetzt schon wieder? Ja Okay vorsicht Oh Gott Da oben Boah Schön alle auf einmal Da ist der Drilling halt echt süß Der Drilling Da ist er echt so eine richtig süße Kö Mein Großvater Mundgummer Der hat immer ein Drilling gehabt Löse den Zünder aus Kreisel anfangen zu Spielspielen Alter hier liegt Munition Da Ich habe die Löffel weg Ja der hat auch nochmal einen Rissig Jetzt auch hier Was fehlt uns denn noch? Ein Brief und eine Hand Oh Was da unten? Uh Da unten ist ein Dicker Wie dick ist er? Sehr dick Ah jo Was macht der hier? Keine Ahnung Ich habe mir erstmal so eingegeben Fand er nicht gut? Ne Da hinten kommen seine bewaffneten Freunde So Wir haben auch MG Waller Die Waller Guck mal Wir haben auch Knarre im Mund Ey der Drilling ist echt Gegen dir Anscheinend Die Antwort Die Antwort? Ja Wir haben sie endlich gefunden Nach all den Jahren Die Antwort Weißt du eigentlich kann man sich auch An der Kiste Munition holen Aber es macht halt einfach Spaß Ne? Und jetzt zünden oder was? Eigentlich erst in der nächsten Folge Oder wie oder was? Ja wie oder was? Ja wie oder was? Ja schon wieder durch oder was? Oder wie? Schon wieder durch oder was? Das kann ja nicht sein Ja klar Es geht total schnell Kann man nicht immer durch sein Was denn hier? Guck mal jetzt auch noch so eine geheime Hillbillyhöhle Hillbillyhöhle Hillhöhle Dann haben wir doch das Upgrade Kit Upgrade Kit gefunden Die Upgrade Kates Was? Ja Machen wir jetzt den Den höllischen Hill Ja den zünden in der nächsten Folge Lasst mal eine höllische Bewertung da Und drückt mal auf den Zünder Du hör auf höllengeil zu sagen Cartman Bis zum nächsten Mal Und Tschüss